Hi, mein Name ist Jakub Sirenberg, ich bin 21 Jahre alt und 1,90 Meter und ich bin repräsentiert bei der Agenzion Boomerang. Was mich so reizt, ich glaube Frauen mit Ideen, die so sehr gut aussehen, das macht mich an echt. Czego sie boisz? Dass ich eines Tages arm werde, dass ich kein Geld mehr habe, dass ich ohne Haus bin und so weiter. Die Stabilität ist wichtig, ohne dass wäre es schlecht. Was ist das schwer? So eine Art von Dark Humor, echt toll. Und so Situationsscherze. Zum Beispiel jemand fällt um und das ist einfach lustig, weil er irgendwie lustig umgefallen ist. Oder sowas, ja. Das ist einfach cool. Ich glaube, dass ich vielleicht eines Tages berühmt bin und vielleicht, dass ich eine Familie mal habe oder dass ich einen Oscar kriege. Viele Sachen, sehr viele Sachen. Was ist wichtig? Bier. 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 Auf jeden Fall. Und auch Frauen. Ich mag alle Frauen. Alle. Alle. Ich kann mich einfach nicht halten. Das ist zu schwer. Ich weiß bestimmt, dass wenn ich heute zurück nach Hause kehre, dann erwartet mich etwas sehr, sehr Schönes. Und ich freue mich schon darauf. Ja. Danke. 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 Danke.